Hallo Leute, Serpeng hier. Heute geht es mal um was, was mich verwirrt. Es ist, ich meine, diese ganzen neuen Social Media Apps. So, ich benutze, wenn dann schon, Discord oder Twitter, aber ich verstehe so Dinge wie Snapchat oder TikTok oder sowas überhaupt nicht. Es kommt nicht in mein Gehirn rein, warum man so einen Scheiß macht. Es ist für mich wirklich einfach nur verwirrend. Also, ich meine, ich verstehe Leute, die WhatsApp benutzen. Snapchat zum Beispiel ist halt einfach nur WhatsApp im Beschissnummer mit ein paar Features, die ganz cool sind für die Jugend, die so hip und fresh ist. Aber, ne, ich verstehe es nicht. Fast alles, was das zu bieten hat, bieten andere Dinge in genauso guter Qualität und sind hochkostenlos. Also, es macht für mich keinerlei Sinn, dass irgendjemand so einen Shit macht. Es ist genau das gleiche mit TikTok, also ernsthaft jetzt. Das sind für mich einfach nur ein paar, zum Großteil nicht mal volljährige Menschen, die sich vor die Kamera stellen, irgendeine Scheiße tanzen, sich damit wahrscheinlich vor ihren Klassenkameraden blockieren, weil sie ja viel versuchen, TikTok zu promoten und zu fangen werden. Wie diese paar anderen sozial abgehobenen Bastarde im Internet und am Ende verkacken sie ja alle wieder. Also, ja, was eigentlich, was man damit macht, ist vielleicht sich vor seinen Scheiß-Klassenkameraden blamieren oder so einen Scheiß, aber ich verstehe nicht mal den Sinn dahinter. Naja, ich bin auch nicht die Zielgruppe davon, also ich verstehe es noch nicht. Es ist einfach, dass es birren, da man sich quasi zwischen Scheiß, den man heutzutage macht, und ein bisschen quasi selbst fickt, wie schon in einem anderen Video gesagt hat, das erstes Mal YouTube-Video. Das ist vielleicht jetzt gar kein großer Schritt, aber in 20, 30 Jahren muss ich noch zurückblicken und dir wahrscheinlich denken, Bruder, warum zum Fick hast du die Scheiße da gemacht? Bring dich um. Ja, ne, haut rein, bleib toxisch, vergesst nicht zu de-abonnieren, zu disliken, die Glocke zu entbimmeln, ähm, keine Ahnung, ne, verpisst euch, dann haut rein und weg von meinem Rasen, der kleine Hohen-Sinni. Jaaaa! Jaaaa! Untertitelung des ZDF, 2020